Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutala und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar würde ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um einen Toy, was wir durch einen Rare Mob bekommen können, und zwar den Gedächtnis-Einstimmungsspiegel. Und dieses Toy bekommen wir von dem Rare Mob in stabile Erinnerung. Dieser befindet sich einmal in der Bastion, hier auf den Koordinaten 43, 25. Wenn ihr hierher lauft und dort auf der Map einen Stern seht, dann könnt ihr den Rare noch nicht instant umhauen, sondern ihr müsst ihn erst in Anführungszeichen beschwören. Um ihn zu beschwören, brauchen wir instabile Erinnerungsfragmente, die laufen hier dann außenrum rum. Die sehen genauso aus wie diese kleinen hier, bloß heißen sie halt instabile Erinnerungsfragmente. Und da sind relativ viele hier um, ja, ich würde mal sagen Brunnen oder was das auch immer sein mag. Und da müsst ihr quasi einen angreifen, ihr dürft ihn nicht töten und durch die anderen durchziehen. Wenn ihr den einen durch ein anderes Fragment durchzieht, dann kriegt ihr einen Buff, einen Stack, wenn ihr nochmal durchzieht, einen zweiten Stack. Und wenn ihr zehn Stacks habt, also ihn durch zehn andere durchgezogen habt, dann läuft dieses gebuffte Elementar quasi hier rüber, wo ich jetzt gerade stehe, und wird zum Rare. Ihr könnt ihn umhauen und mit einer zwölfprozentigen Chance habt ihr dann die Möglichkeit, dieses Toy zu bekommen. Ich habe das gerade gemacht, habe es eingetütet nach dem, weiß ich nicht, wie oft ich den jetzt schon umgehauen habe, so fünf, sechs Mal, würde ich mal behaupten. Und jetzt schauen wir uns mal das Spielzeug einmal an. Wenn wir es jetzt hier einsetzen, blickt in das Glas. Okay, warte mal, ich gehe mal aus der Gestalt raus, falls da mit mir irgendwas passiert. Ah, dann kommen hier diese kleinen flüchtigen Erinnerungen raus, interessant. Können wir die auch umhauen? Ne, okay, die verschwinden auch wieder. Okay, das war's, das hat fünf Minuten Cooldown. Und mehr können wir damit tatsächlich nicht machen. Ich zeige euch nochmal die Map, hier die Koordinaten 43, 25 in der Bastion. Und ja, ich hoffe, ihr habt genauso viel Glück wie ich und erhaltet einmal das Toy. Das war's mit dem kleinen Toyguide. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Luck. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Äh, ciao! Ciao, ha!